Guter Auftritt von Raphael Palic aus Aughau bei der Leichtathletik-WM in Budapest. Der 33-Jährige verbessert in seinem Vorlauf über 1500 Meter seine persönliche Bestzeit um mehr als eineinhalb Sekunden auf 3 Minuten 36,47. In einem extrem schnellen Rennen verpasst Palic trotz dieser guten Leistung den Einzug ins WM-Semifinale. Raphael Palic ist der erste Burgenländer überhaupt, der sich für eine Leichtathletik-WM qualifiziert hat. Und dann, die Leichtathletik-WM-Semifinale.